Finde und zerstöre getarnte I.O. Störsender. Ich habe mir jetzt wie gesagt hier unten bei Chunker Speedway das Auto geholt und ihr könnt jetzt hier wieder rumfahren. Ich weiß eh schon wo einer ist. Ich habe schon das Video auf Englisch gemacht auf dem zweiten Kanal. Guckt euch das an. Da gibt es auch mal richtig geilen Content. So und jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ihr müsst auch denken am Anfang der Season könnt ihr nicht bauen. Am Anfang von der Season konnte man nicht bauen, für alle die das nicht gewusst haben. Deswegen muss man hier immer gucken, wo man langfährt, weil man kommt da nicht mehr so einfach hoch. So und ihr seht schon wieder auf der Minimap ist da, wird da was angezeigt. Das ist jetzt quasi hier und da ist er, guck mal hier, der getarnte I.O. Störsender. Also wenn ihr zerstöre I.O. Störsender machen müsst oder zerstöre I.O. Störsender, das sind auch tägliche Aufgaben, die findet ihr hier. Das ist das Teil und alles was ihr machen müsst ist einfach mit der Spitzhacke draufhauen und die Aufgabe ist abgeschlossen. Ich hoffe das wieder geholfen, wenn ja, das ist nur Montagkost. Das Abo macht die Blog an, tragt immer einen Credit Code. Wurde euch die vor ein. Vielen lieben Dank, macht's gut, ciao.